Kurz informiert bei heise online. Mit der synthetischen Stimme von Isabel Grünewald. Heute am 8. November 2024 mit der Frühausgabe. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass die Befugnisse des Bundesnachrichtendienstes weiter eingeschränkt werden müssen. Dies betrifft insbesondere die verdachtsunabhängige Massenüberwachung durch den BND. Insbesondere im Bereich der Cybergefahren ist der Einsatz des sogenannten Datenstaubsaugers nicht mit dem Fernmeldegeheimnis vereinbar. Das Gericht bemängelte unter anderem, dass es keine ausreichende Vorschrift zum Aussondern von Daten aus rein inländischen Telekommunikationsverkehren gebe. Der Gesetzgeber hat nun bis Ende 2026 Zeit, das Gesetz zur Einschränkung des Fernmeldegeheimnisses anzupassen. Der Chip-Hersteller Qualcomm hat im dritten Quartal diesen Jahres einen Umsatz von mehr als 10 Milliarden US-Dollar erzielt. Es ist das erste Mal seit 2022, dass das Unternehmen diese Marke knackt. Der Großteil des Umsatzes stammt aus dem Verkauf von Snapdragon-Prozessoren für Android-Smartphones, Apple-Produkte sowie Funktechnik. Nach Bekanntgabe der Geschäftszahlen stieg die Aktie von Qualcomm um fast 9 Prozent. Apple hat Details zu einer neuen Siri-Funktion veröffentlicht. Die Sprachassistenz soll zukünftig in der Lage sein, iPhone-Bildschirminhalte auszulesen. Die sogenannte On-Screen-Awareness wird mit einem kommenden iOS 18-Update erwartet. Entwickler können die Funktion bereits mit iOS 18.2 testen. Apple betonte, dass die On-Screen-Awareness privatsphärenfreundlich gestaltet sei und nur auf ausdrücklichen Wunsch der Nutzer Informationen an Drittanbieterdienste weiterleite. Die australische Regierung plant ein striktes Verbot der Nutzung sozialer Medien für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. Das Verbot soll Ende nächsten Jahres in Kraft treten und ohne Ausnahmen gelten. Betroffen sind voraussichtlich Plattformen wie Facebook, Instagram, TikTok und YouTube. Die Plattformen sollen dabei selbst für die Durchsetzung des Verbots verantwortlich sein. Die Opposition unterstützte den Vorschlag, während Vertreter der Digitalindustrie ihn als veraltet kritisierten. Wenn die Bundesregierung bis 2030 Glasfaser für alle erreichen will, müsste sie jährlich vier Millionen Haushalte mit Glasfaser erschließen. Das geht aus einer Studie des Breitbandverbands Anger hervor, der dabei mindestens vier Jahre Verspätung prognostiziert. Die Forscher weisen zusätzlich darauf hin, dass die noch zu erschließenden Haushalte überwiegend im halbstädtischen oder ländlichen Raum liegen, wo eine Erschließung aufwendiger sei. Diese und weitere aktuelle Nachrichten finden Sie ausführlich auf heise.de. Werbung Wir machen eine kleine Mini-Pause, aber hören uns natürlich gleich wieder. Jetzt bei O2. Das neue Google Pixel 9 Pro XL mit kostenlosen Chromebook und 30 GB Datenvolumen für 49,99 Euro im Monat und mit O2 Pay Stop einfach abbezahlen statt immer weiter. O2 can do. Verdienst 5,99 Euro im Monat und mit O2. Das war der Ballon. Die kleine Mase-Pause ist mit dem LiedACK oder den Liedsbergotik. Es gibt einen kleinen Mase-Pause.